Herzlich Willkommen und Gottes Segen beim Hören dieser Folge von Max 15, maximal 15 Minuten mit Gott. In dieser und den nächsten fünf Folgen geht es um die dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14, die Verse 6 bis 12. Bitte, wenn möglich, vorher lesen. In der Folge 116 war schon kurz die Rede davon, nämlich über die Bedeutung der Botschaft. In dieser und den kommenden fünf Folgen geht es um den Inhalt der Botschaft. Kurz, zusammengefasst, aber verständlich. Hoffentlich. Ich habe Material gefunden, das in mein Max 15 Format passt. Ich verwende dazu als Grundlage die Lesungen zur Gebetswoche 2021 von der Kirche der siebten Tagsadventisten. Ich habe sie leicht bearbeitet. Also los! Engel kamen vom Himmel auf die Stadt Bethlehem herab, um die gute Nachricht von der Geburt des Erlösers bekannt zu machen. Aus Lukas 2 ist das. Und jetzt, kurz vor der Wiederkunft Christi, kommen wieder Engel, um die rettende Kraft des ewigen Evangeliums zu verkündigen. Tatsächlich ist das Evangelium das, was die Botschaften der drei Engel zusammenhält, wie zwei Buchstützen. Das ewige Evangelium wird am Anfang erwähnt, in Vers 6. Und am Ende finden wir den Glauben an das Erlösungswerk Jesu, die Rechtfertigung durch Glauben. Das ist der Vers 12. Vers 10 Wir werden drei Eigenschaften des Evangeliums in der Botschaft des ersten Engels beleuchten. Das Evangelium ist ewig, denn es wurde in der Ewigkeit im Geist Gottes erdacht und in der Geschichte durch Jesus Christus verwirklicht. Wir finden das in Römer 16, 25 und 26 und in Kolosser 1, 26 und 27. Es ist ewig, denn es ist unveränderlich und hat die immerwährende Kraft zu retten. In der Offenbarung schließt das Evangelium alles ein, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Seinen stellvertretenden Tod, seine Auferstehung, Offenbarung 1, Vers 18, seine Himmelfahrt, Offenbarung 12, Vers 5 und seine Intronisierung, Offenbarung 5. Sein Vermittlungswerk im Himmel, Offenbarung 8, 3, 4 und seine Wiederkunft in Herrlichkeit, um die Rettung seines Volkes zu vollenden und die Bösen zu richten, Offenbarung 1, 7, 14, 10, 19, 11, 22, 20. Johannes führt uns in die Tiefe des Evangeliums, das sich am Kreuz Christi manifestiert hat. Zum ersten Mal erscheint das Evangelium am Anfang der Offenbarung, wo Johannes einen Lobpreis an Jesus richtet, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Offenbarung 1, Vers 5 Beachte, dass das Verb in Präsens steht. Nach Johannes wurde diese einzigartige Liebe im Opfertod von Gottes Sohn am Kreuz manifestiert. Beachte hier die Vergangenheitsform, hat uns erlöst. Die Liebe in der Gestalt eines blutigen Opfers brach die Macht der Sünde und befreite uns, damit wir Gott dienen. Dominiert wird die rettende Botschaft der Offenbarung jedoch von der Gestalt des Lammes, das geschlachtet wurde. Sein erster Auftritt in dem Buch ist dramatisch und gewaltig. Gott sitzt auf seinem herrlichen Thron und hält ein versiegeltes Buch in der Hand, das nur von dem Lamm, das geschlachtet wurde, geöffnet werden kann. Wir finden das in Offenbarung 5, Verse 1 bis 6 Von dem Engel wird es der Löwe aus dem Stamm Judah genannt, ein messianischer Titel in Vers 5. Der Engel bezeichnet es in Vers 5 mit dem messianischen Titel Löwe aus dem Stamm Judah. Als aber Johannes sich umdreht, um den Löwen anzusehen, sieht er ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Die gute Nachricht ist, dass der Löwe die Feinde Gottes dadurch besiegt, dass er ein Lamm wird, ein Opferlamm. Ja, wir sehen hier Kraft und Macht, aber es ist die Kraft eines Lammes, das geschlachtet wurde, nämlich die Macht der am Kreuz offenbarten Liebe Gottes. Als diejenigen, die den Thron umgeben, das Lamm sehen, fallen sie nieder, beten es an und singen. Du bist würdig, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völken und Nationen. Vers 9 Einmal mehr finden sich hier die beiden grundlegenden Konzepte von Blut und Erlösung, durch die Gott reugen Sündern eine herrliche Zukunft gewährt. In Offenbarung 7, 9-15 steht Gottes Endzeitvolk vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm und lobt sie, bereit, ihnen zu dienen. Sie stehen vor Gott und dem Lamm, weil sie ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht haben im Blut des Lammes. Das Opfer des Lammes erlöst die Menschen nicht nur, sondern reinigt sie auch von ihren Sünden. Tatsächlich besteht die Erlösung in der Befreiung von der Macht der Sünde, die es uns ermöglicht, in Gottes Gegenwart zu sein und ihm zu dienen. Da der Opfertod des Lammes diese herrliche Befreiung vollbringt, ist es uns nun möglich, uns dem Lamm im kosmischen Kampf gegen den Drachen anzuschließen und ihn zu überwinden, durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Offenbarung 12, Vers 11 Zwei Faktoren in ihrer richtigen Reihenfolge. Der Sieg, der durch das Opfer Christi möglich wurde, und das Bezeugen dessen, was Gott durch das Lamm für uns getan hat. In der Offenbarung ist das Lamm die Verkörperung des ewigen Evangeliums. Die Verkündigung des Evangeliums geschieht im Kontext eines Kampfes. Sie ist Teil der Geschichte einer Rebellion, die ihren Ursprung im Himmel hatte. Offenbarung 12, 7 und 8 Und die Menschheit und ihre Herrschaft gebracht hat. Ganz am Anfang 1. Mose 3, 1-8 Während sich das Ende des Konflikts nähert, macht sich der Drache bereit, Gottes Volk durch Täuschung und Verfolgung zu überwinden. Wir lesen das in Offenbarung 13, 13-15 Er vereinigt die abgefallene Christenheit, die Verse 1-17 Und gewinnt durch die Botschaft der drei dämonischen Geister, die den Spiritismus symbolisieren, die Unterstützung der Könige der Erde. Das steht in Offenbarung 16, 13 und 14 Zur gleichen Zeit sammelt Gott durch die dreifache Engelsbotschaft sein Endzeitvolk aus allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Eben Offenbarung 14, 6-12 Um die Wiederkunft Christi vorzubereiten Das steht dann in den Versen 14-20 In diesem letzten Kampf ist der Sieg nur durch das Blut des Lammes möglich. Das Evangelium soll auf dem ganzen Planeten als die einzige Lösung des kosmischen Kampfes verkündigt werden. Die drei Engel stellen jene dar, welche die Wahrheit empfangen und der Welt das Evangelium mit Macht eröffnen. Also auch du kannst dich in diese Reihe stellen, wenn du diese Botschaften verstehst und weitergibst. Es wird hier enthüllt, was das Herzstück der christlichen Botschaft ist, nämlich das Evangelium. Wir sollten uns niemals davon abbringen lassen, durch Wort und Tat zu verkündigen, dass das Blut des Lammes genügt. Wir müssen ein klares Verständnis des Evangeliums haben, aber wir müssen es auch in unserem Leben verkörpern und zu Menschen werden, die anderen in Liebe dienen. Die blanke Theorie hilft hier gar nicht. Die Kirchen und alle Einrichtungen, die sich christlich nennen, sollten Orte sein, wo die Liebe des Lammes im Leben von Menschen sichtbar wird, die sich ihm ganz hingegeben haben. Einige Fragen zum Nachdenken Warum ist es so wichtig, das Evangelium in den Botschaften der drei Engel zu sehen? Hast du Angst vor der Gerichtsbotschaft der Offenbarung? Wie kannst du in einer verweltlichten Welt das Lamm und das Evangelium wirkungsvoll verkündigen? Ich wünsche dir Gottes Segen beim Nachdenken und verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Max 15. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Nachdenken und verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Max 15.